Der Punkt ist, wenn du jetzt gehst, dann bereust du das für immer. Also mach Männchen und sprich sie an. Leben heißt Entscheidungen treffen, aber eine schlechte macht alle Guten wieder kaputt. Na gut. Emily! Es ist eiskalt hier draußen. Ich bringe dich wirklich nur nach Hause, okay? Ehrlich? Das wäre toll. Danke. Das wird ein guter Abend, das spüre ich. Wo gibt's hier was zu futtern? Es ist nach Mitternacht. Nicht schlimm, wirklich. Aber ich brauch noch einen Geldautomaten. Bezahl doch mit Karte. Tut mir leid wegen ihm. Das wär's. Gehen wir. Wer ist denn das? Wahrscheinlich will er an den Automaten. Warum kommt er nicht rein? Egal, mir ist kalt. Gehen wir. Jetzt wart eine Sekunde. Er starrt uns nur an. Was macht er jetzt? Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ruf die Polizei! Ich hab kein Telefon. Wo ist dein Handy? Im Auto. Der wird erkundet! Der wird erkundet! Der ist vom Wachdienst. Ist alles in Ordnung? Hassen Sie auf! Der wird erkundet! Achtung, Zentrale! Wir können froh sein, wenn wir bis zum Sonnenaufgang nicht erfroren sind. Die Heizung ist aus. Er hat den Strom abgestimmt. Warum tut er uns das an? Ich weiß es nicht. Vielleicht will er sich an uns rächen. Er ist allein. Und wir sind zu dritt. Wir sind eingesperrt. Wir sind zum Vorsprachen! Wir sindㅎㅎ